Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch kürzlich durchlebte das Paar eine besonders aufwühlende Zeit, als Beatrice während eines Auftritts einen leichten Unfall erlitt. Die Ereignisse dieser Nacht und die überraschend Wendung, die folgte, zeigten die Tiefe ihrer Gefühle und bewegten ihre Fans zutiefst. Es war ein mit Spannung erwarteter Abend. Beatrice Egli trat in einer großen Show auf, und Florian Silbereisen war im Publikum, um sie zu unterstützen. Die Stimmung war ausgelassen, und die Fans freuten sich auf einen unvergesslichen Abend. Doch plötzlich geschah das Unfassbare, Beatrice stolperte auf der Bühne und stürzte. Die Musik stoppte abrupt, und ein Schrei ging durch die Menge. Florian sprang sofort auf und eilte zu ihr. Beatrice rief er verzweifelt, als er sie am Boden liegen sah. Sanitäter eilten herbei, und Beatrice zu versorgen. Florian wich nicht von ihrer Seite, seine Augen voller Sorge. Es war ein schrecklicher Moment, erzählte ein Augenzeuge. Man konnte die Angst in Florians Gesicht sehen. Beatrice wurde schnell hinter die Bühne gebracht, wo sie von den Sanitätern untersucht wurde. Florian hielt ihre Hand und sprach beruhigend auf sie ein. Es wird alles gut, ich bin hier, flüsterte er ihr zu. Die ersten Untersuchungen ergaben, dass Beatrice keine ernsthaften Verletzungen davon getragen hatte. Es war ein großer Schreck, aber zum Glück ist nichts Schlimmes passiert, sagte einer der Sanitäter. Beatrice hatte sich nur ein paar Prellungen und eine leichte Verstauchung zugezogen. Florian atmete erleichtert auf, doch seine Sorge und Beatrice blieb. Ich war so froh, dass es nichts Ernstes war, gestand er später. Aber ich wollte sicherstellen, dass sie sich vollständig erholt. Die Nachricht von Beatrice' Unfall verbreitete sich schnell, und die Fans zeigten ihre Besorgnis und Unterstützung in den sozialen Medien. Wir beten für dich, Beatrice, schrieb ein Firma auf Instagram. Ein anderer kommentierte, Florian, danke, dass du für sie da bist. Ihr seid ein tolles Paar. Die sozialen Medien wurden mit Genesungswünschen und liebevollen Nachrichten für Beatrice und Florian überschwemmt. Inmitten dieser besorgniserregenden Zeit geschah etwas Unerwartetes, das die Beziehung des Paares noch stärker machte. Beatrice, die sich von ihrem Schock erholte, nahm Florians Hand und sagte, Florian, dieser Unfall hat mir gezeigt, wie kurz das Leben sein kann. Ich möchte keine Zeit mehr verschwenden. Ich liebe dich und möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Florian, Florian war überwältigt von ihren Worten. Tränen liefen ihm über die Wangen, und er antwortete, Ich liebe dich auch, Beatrice. Lass uns diesen Moment für immer festhalten. Als die Nachricht von dieser emotionalen Wendung öffentlich wurde, reagierten die Fans mit überwältigender Unterstützung und Freude. Das zeigt, wie stark ihre Liebe wirklich ist, schrieb ein Firma auf Instagram. Ein anderer kommentierte, Es ist inspirierend zu sehen, wie sie trotz aller Herausforderungen zusammenhalten. Ihre Liebe ist wirklich etwas Besonderes. Die sozialen Medien wurden mit positiven Nachrichten und Glückwünschen für das Paar überschwemmt. Florian und Beatrice betonten, wie wichtig die Unterstützung ihrer Fans und ihrer Familien für sie war. Die Liebe und das Mitgefühl, die wir von unseren Fans erhalten haben, haben uns durch diese schwierige Zeit getragen, sagte Florian. Beatrice fügte hinzu, Wir sind so dankbar für die Unterstützung und die guten Wünsche. Es hat uns gezeigt, wie viel Liebe uns umgibt. Das Paar sprach auch über ihre Pläne für die Zukunft. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, jeden Moment zu schätzen, erklärte Beatrice. Das, Florian ergänzte, unsere Liebe ist stark, und wir sind bereit, jede Herausforderung gemeinsam zu meistern. Wir können es kaum erwarten, unser gemeinsames Leben fortzusetzen und unsere Träume zu verwirklichen. Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat gezeigt, wie stark und tief ihre Beziehung ist. Der dramatische Unfall und die emotionale Genesung haben ihre Liebe nur noch stärker gemacht. Die überraschend Wendung und die großen Gisten der Liebe haben ihre Beziehung gestärkt und gezeigt, dass wahre Liebe jede Prüfung bestehen kann. Die Fans können sich darauf freuen, die inspirierende Liebesgeschichte des Paares weiter zu verfolgen und mehr über die besonderen Momente zu erfahren, die ihre Beziehung so einzigartig machen. Mit ihrer Offenheit und ihrem Mut, ihre Liebe öffentlich zu machen, haben Florian und Beatrice erneut gezeigt, dass wahre Liebe jede Prüfung bestehen kann.